Musik Ah, dann sind wir wohl fast bereit. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eliazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ehe ich... ... im Schloss war, wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Weissel. Wunsch ich... ... im Schloss war. Überhaupt nicht, Schritte. ... im Schloss war. Am Ende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weil er weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind Elbenbro im schottischen Buchland. So, diese Ruin. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie... Und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Mir hat er jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen, warum zu sein. Ich weiß nicht, wie Sie in den Besitz des Portschlüssels kamen. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jeder andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Fokus auf das Zentrum. Das war etwas folgeriger als erwartet. Wir können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, der Olden. Nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig. Preparung! Kass, ihr schafft! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das... ...her gehört. Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Professor, die Statue! Vielleicht war die sein Zuhause. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor, auf Weg! Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was ist Erlins Namen? I got Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? 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 Oh Unmöglich Einen Moment Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel. Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauch von Ihnen. Diese Verliese sind am Neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut geht es anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe? Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Gebiet noch vor uns. Festhalten, ein gutes Gebiet noch vor Ort. Festhalten, ein neues Gebiet noch vor uns. Festhalten, ein neues Gebiet noch vor uns. Verlies Nummer 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie, meine? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je... Er eliminates Präzter des Unternehmers. Spannungsltez in die K었던e Arbeit. Kampe das Leuchten in den Fremier. Der Ballade ist ein dieser Ange. Es ist als man die Karte. will ich. Vill man sich überschneiden. Besuche das Leuchte. Das Leuchte glaube ich nicht! Ich habe es mir, wenn ich es zu sein. Ich habe es meinem Glück nicht! Es ist ein sehr schlechter. Ich bin Nazis mit ihm verletzten. Die Karte hat mir aus. Bis zum heutigen Tag. 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 Spannende Musik Spannende Musik Der Magie scheint mich irgendwo hinzuführen Ah, dorthin führen sie mich Das reicht mir wieder Lumos Reveve Ich bin wohl auf mich allein gestellt Lumos Ich habe noch keine Wahl Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben Ich bin wohl auf mich Ich bin wohl auf mich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Na, da sind sie ja. Wir haben sie... Warum sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerungen zu sehen. Mal sehen. Kopfhörn, te. Alles ist bereit. Und der Porch müssen? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Ihr Vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das hier umgeht. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Magie? Und vielleicht, George, starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und Sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch, Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Reckhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das, das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies zwölf deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie haben keinen... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfreich. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint Ihnen gar nichts anzuhaben. Wo, wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.